danke herbert ja ich wünsche euch da draußen einen wundervollen guten morgen meiner wird es gerade auf jeden fall ich bin jetzt ein paar minütchen hier und habe auch gerade schon kleinen abstecher drüben zu herberts garten gemacht mein garten befindet sich ja in einer schrebergartenkolonie für alle die das noch nicht so mitgekriegt haben wir haben samser frühmorgens um neun ich bin mega verpennt ich habe gefühlt keine nacht gehabt wer mein letztes video gesehen hat hat das ja auch schon mitgekriegt dass ich da ziemlich am limit war und was man dann so macht wenn man in der situation ist oder so das was ich mache wenn ich in der situation bin ab im garten natur kraft tanken und jetzt bin ich hier liegt hier irgendwie hinter einem beet und habe hier tomatenpflanzen vor mir die von herbert kommen ja super gut damit ihr mal wisst was hier so ist namen der tomate gibt es keine also ich habe keine herausfinden können da hießen einfach nur rote tomate schwarze tomate fertig so und das hier wird eine blaue tomate und das ist halt die schwarze also groß und klein blau blau genau schwarz und rot so und ich dachte mir heute morgen irgendwie nehme ich mal die kamera mit bzw das handy mit dem ich hier immer die ganzen videos macht und schau mal ob ich da vielleicht irgendwie noch ein video mache aber wenn dann spontan habe ich so überlegt was könnte ich machen nee lasse ich los und habe es dann halt mitgenommen und da ich mich jetzt gerade so gut fühle und das gestern auch so einen spaß gemacht hat irgendwie mit dem video auch was da letztendlich irgendwie rausgekommen ist ja dachte ich mir heute früh also jetzt heute früh hier lege ich doch mal los und nehme euch mit was ich jetzt hier so treibe und wie gesagt pflänzchen geholt und die brauchen irgendwie platz und ein sehr guter platz ist ja irgendwie hier aber es gibt auch noch andere stellen also hier sollen auf jeden fall auch tomaten rein da bin ich mir sicher das darf jetzt sich mal irgendwie zeigen was am beikraut übrig geblieben ist so machen wir das ja bei meinem beten hallo guten morgen konntet ihr den vogel sehen sitzt jetzt auf der greifenstange was macht was macht das das ist wieder witziges verhalten das ist kein vogel den ich kenne und weg geht's oder hat sich ganz merkwürdig verhalten naja vielleicht war es doch eine amse mit einem merkwürdigem verhalten was ich halt vorher noch nicht gesehen habe ja wollen wir irgendwie mal ich habe vergessen wo ich gerade war rausgebracht ging um dieses beet nochmal hier beikraut rausholen was jetzt so nachwächst aber das braucht noch ein paar tage zeit ich habe ja auch noch buschtomaten also geschichtchen das ist nie zu spät da irgendwie was zu machen und der platz hier war sowieso so wunderbar deswegen ich mir da keine sorgen mache ich habe genug tomaten pflanzen wo es nachher ernte gibt und alles was dann halt später zündet und später kommt ja erfreut dann später das ja im garten also ich mag diese ganze abwechslung diese ganzen verschiedenen zeitpunkte an denen ich die sachen ernten kann wie sich alles so miteinander ergänzt sonst kommt irgendwie nach und nach immer mehr von alleine ich höre ganz viel auf meine intuition auf mein bauchgefühl führe hier rein höre auf die antworten der natur und die schicken mich da und dahin und jetzt bin ich hier und fast hier auf den boden ich könnte mich echt schlafen legen so ist es nicht aber ich denke eine zeit lang werde ich jetzt noch was machen ich wollte irgendwie loslegen ich komme gar nicht zu potte aber darum geht das auch jetzt ist wochenende entschleunigung angesagt kann nebenbei mal ein bisschen beikraut wegzupfen dann ist das schon fertig so da haben wir noch ein kippsack das nicht gut so sondern hier haben auf jeden fall noch beikraut da brauche ich beide händen so sieht schon ganz gut aus und darf sie auch noch stehen kommen wir hier noch ganz wenig das hat der herbert auch schon immer gut im griff gehabt das war unnachgiebig aber er hatte dieses jahr glaube ich auch ein bisschen besorgte erde der natürlich ein bisschen freudiger ist aber ich glaube das hier ist von seinem kompass ich sehe das hier am beikraut das sind die üblichen verdächtigen die sind bei mir alle aufgewachsen und das kann eigentlich hier hin das nimmt sich der rasen muss ich nicht irgendwie weg bringen so da zähle ich durch sechs pflanzen so mal rüber an das plätzchen wo wir da hin sollen ja manchmal auch ja aber den aber den aber den so gucken ob ich das hinkriege in einer hand oder fast in einer hand den krieg da noch hin den krieg da noch hin und den krieg da noch hin so schau meiner guck geht doch so wo ich nur lang hier erstmal dort ja ja ich bin noch so planlos ja ich stelle hier erstmal hin so dann werde ich nun mal ein bisschen was mitnehmen so und verteilen so wir sitzen hier aus weil ich habe hier überall so ein bisschen das tomate 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 mini tomate mini tomate mini tomate da ist auch noch eine tomate da sind tomate da sind tomate alles anderes entweder zugeweht oder einfach nicht mehr vorhanden ja aber ich würde sagen die praktik da ein bisschen weiter hier gehe ich mal hier rum und suche ein plätzchen der weg hier ist ja noch nicht fertig aber durchlaufen kann man durchaus so und das was hier vorbereitet wurde gemulcht möglichst frei von unkraut gänzlich frei geht sowieso nicht und ich würde sagen ich mache jetzt einfach intuitiv so wie ich mir das auch vorher so ein bisschen gedacht habe so und dann machen wir einmal den hier ein bisschen platz so ab in die erde haben wir ein plätzchen ich will noch mal zeigen was ich so mache ich knapp hier unten die blätter ab haben wir hier überall no problem mache ich auch ganz fies recht hoch so das ist super wenn das auch mit dem beet langt leben bringt leben da sind nährstoffe alles reingewandert und somit könnt ihr da auch dann wieder das ein bisschen zurückführen das tut euren pflanzen gut so kommt dann rein ich setze das ganze ein bisschen tiefer ich guck gerade mal na übertreiben wollen auch nicht aber wisst ihr was ich nehme noch ein höher ab guck mal so lasse ich das jetzt wenn tv so jetzt sogar noch tiefer gekonnt moment der bonus ist schön weich und krümelig flora so super gemacht nicht toll so jetzt guckt es ein bisschen raus jetzt auch noch noch tiefer setzen können aber ich habe ihnen auch noch mulch material und das soll mit den blättern nicht unbedingt aufliegen und dann nicht irgendwas zu fördern ich habe übrigens die tolle erde die ich über die ich mal geredet habe die habe ich mittlerweile erhalten auch für meine balkonpflanzen genutzt übrigens auch salat und so weiter auch eine tomate auch eine lufer noch ist und das dachte ich werde ich hier drum rum um die pflanzen dann nachher noch verteilen wenn ich dann die erde hier irgendwie mal her krieg ist ja auch noch ein gewisser aufwand so und die geschichtchen hier die reise ein bisschen kaputt packte hier einfach mit runter und das das holen sich die wurzeln nachher alles die nährstoffe sacken auch ab die tiere da die kümmern sich so sieht das aus so weiter geht es hatte ich nicht noch eine tomatenpflanze doch so was haben wir hier eigentlich die roten genau so und jetzt hier wollte ich nämlich da habe ich ein bisschen enger gemacht und hier wollte ich auf jeden fall ein bisschen mehr platz denke mal hier ist das ganz gut so wie ein löchlein oder piekste was so jetzt mache ich das mal anders jetzt einfach mal zu gucken wir haben nämlich zwei gleiche exemplare ob die irgendwie unterschiedlich wachsen muss jetzt nicht gleich unbedingt auch immer was bedeuten das sind so viele faktoren von denen das alles immer abhängig ist so da rein so ich glaube ich möchte den auch wieder abknapsen den stelle ich noch mal ab so also im loch eigentlich nur reinkrümeln lassen ich zeige euch das jetzt nicht extra heute ist entspannt so und dann will ich das da unten durch ist von erde bedeckt ist da unten drin und jetzt packe ich das pflänzchen da drauf und kippt die erde wieder zurück da ist ein brennnessel habe mich irgendwie dran gefühlt mich haben so viel brennnesseln erwischt die woche am wochenende dass ich mich da echt dran gewöhnt habe auf eine gewisse art und weise ich sehe gerade gefällt mir nicht guck mal das ist guckt noch zu weit raus muss ich doch noch mal ein bisschen tiefer und dabei verändert sich ja auch schon was mit dem sagt sagt so hier noch mal die und dann rein so super jetzt brennen meine hände brennnessel voll abgekriegt so ich mache jetzt irgendwie mal so und habe mich lieb mit sand ich hilfe das ja auch gucken ich glaube das macht es nicht besser so ich hole mal fix die anderen pflanzen einfach mal bisschen so ich muss aufpassen mit meinen klamotten das sind gute klamotten das war ja gar nicht geplant ja so damit das auch ein bisschen fescher alles wird wird es hier alles noch gemixt ja man muss ja auch mal andere blickwinkel einnehmen ich habe ja immer so die freie wahl also der weg ist hier um quasi genauso weit wie der andere die ist ein bisschen weiter vom rand weg sehe ich gerade ein knick in der linse klappt heute morgen wohl noch nicht so gut so da ja ja schau mal kicken wir noch ein bisschen rüber kriegen so ein bisschen schief der wächst sich zurecht und richtet sich von alleine aus das regelt alles die natur so und dann haben wir hier machen wir mal jetzt überlege ich gerade mal wir haben jetzt eine kleinere pflanze da muss ich ein bisschen mit der höhe aufpassen dass das nicht gleich auf liegt ich wollte auch das hier ist alles schön feucht echt toll nur ich bin bringt richtig was gestern habe ich nämlich nicht gegossen ja und davor gab sie den regen ich werde euch das noch richtig schön ab filmen naja ich weiß ihr seid weit weg und ich würde das am liebsten einmal sehen was macht der las da und heute mal nicht heute mal ein bisschen wo seid ihr eigentlich da seid ihr ja da kann ich euch doch mal einfach mal doch nochmal von hier zeigen wie das aussieht also ich mache eigentlich immer so ein bisschen eine luke schön tief runter mit den händen ihr konntet das doch eigentlich ein bisschen sehen und den packe ich gleich hier noch hin ich war überlegen ob ich das sein lass ob ich hier vielleicht noch mischkulturmäßig irgendwas größer aussetzen ecke fertig macht mit blumen ich habe ja auch noch physalis und solche sachen nur ich bleibe hier bei den tomaten das denke ich mal ich habe das schon immer alles ganz intuitiv gemacht da könnt ihr auch ein bisschen in euch reinhorchen und immer noch überzeugt wenn man es allen steckten gärtner und ja hier geht dann die nächste rein auch hier ist ein bisschen fester aber auch noch alles okay so so dass ihr es noch mal seht bis hier hoch habe ich alles weggeknapst und ich versuche so weit wie möglich die pflanze reinzukriegen aber so dass das hier mit dem mulchmaterial noch passt ich störe mich gerade ein bisschen kann übrigens auch wunderbar mit dem spaten das so vorher ein bisschen kleiner hacken einfach auf dem haufen ein paar mal rumstechen wenn es noch feucht ist und ja bei dem geschichten oder der muss hier schon kämpfen merke ich der ziemlich wabbelig geworden und das macht nix er wird sich gleich noch wieder aufraffen aber es bedeutet ich werde mich mal ein bisschen beeilen nicht so viel sabbeln ich tue einfach ihr könnt zugucken die sonne ist gerade knackig hier haben wir noch schafswolle dies auch noch hier überall zwischen hier haben wir noch quer gehen gar nicht zu knapp komfort so auch wunderbar nicht zu toll so einer haben dann machen wir doch mal hier noch ein loch hier schön locker richtig locker mit ins loch die erde schiebe ich gleich an die seite das habe ich nämlich beim anderen noch gemacht an die seite kann man es auch schieben oder da drunter aber mit abstand zu den wurzeln und fliegt einem das nachher um ohren ist ja nicht gut wenn die pflanze von unten weg damit das war vielleicht einer zu viel obwohl mir noch alles gut das war echt eine gute idee an die seite ist viel besser da muss man sich den stress gar nicht machen so lasse ich die so weit draußen ja lasse ich auch ein bisschen weiter draußen das sieht doch super aus dass man kann man übrigens auch legen so zum mulchen aber kein direkter kontakt ist immer besser und das sieht doch super aus jetzt fehlt noch eins das allerwichtigste so und zwar am angießen und der hier war am schlappsten erstmals ein bisschen saft kriegen kann das zieht er sich schon alles weg hier haben wir möglichst nicht auf die pflanze wenn sie dann doch wasser berührt und ist es halt so wer die seh mit der zeit es kommt sowieso unten die blätter irgendwann ab so und den guten vorteil hat das noch für alle die es nicht wissen gerade weil auch so viele anfänger zu mir gefunden haben dass ja durchs gießen sich die ganzen lücken füllen mit erde also es schwemmt sich ein bisschen aus die ganze pflanze wird dann stabiler und die werden sich jetzt darüber freuen den hätte ich hier irgendwie noch da geht doch noch was drunter hier guck doch mal an das geht doch so aber die eine seite ist schon ganz gut so keine direkte berührung mehr sieht alles gut aus warum mir haut hier das ding ab so auf jeden fall eine gute sache sind alle jetzt einmal gegossen ja wunderbar ja gießen ist dann auch ein ganz wunderbares thema denn das habe ich noch nicht getan das sieht noch alles sehr feucht aus ich weiß nicht ob es doch noch mal geregnet hat ich glaube ich kann mir das gießen heute sparen es wirkt alles noch sehr feucht nö schön sparen wir uns übrigens am besten nicht mit kaltem wasser gießen das mache ich aber auch wenn es gerade nicht anders geht geht halt ab und zu ein bisschen fixer aber am sinnvollsten wäre es dann hier geht was naja das kommt kommt wann anders ich habe gestern erst ein video raus gehauen und ich schnappe mir euch jetzt erstmal wo seid ihr eigentlich da hinten und werde mal eine runde rüber gehen denn herbert und ich hatten ein missverständnis sollte er noch irgendwie ein pflänzchen von ihm kriegen und zwar einen kürbis und der kürbis war nachher eine tsuschini somit ja habe ich hier muss ich noch mal meine trickkissik haben denn hier vorne habe ich ja noch die ganzen kleinen pflänzchen wo ich das meiste schon raus habe und manche sachen fallen gelassen hier ist sogar noch physalis drin ganz klein und so jetzt muss ich mal kurz suchen irgendwo ist ach ja da genau da haben wir noch ein kürbis den pettersen den nehme ich einmal mit super viel beikraut ist jetzt so aber so ein kleiner mikrokosmos und da hängt auch ein bisschen spinnenwebe dran seht ihr das ja so und den werde ich jetzt mal einpflanzen mal gucken wie das so geht na du fliege du wirst du keine stechfliege gewesen ach ich erkenne die nicht bei fliegen bin ich manchmal schissig die können richtig wehtun so um das geschichtchen geht jetzt könnt ihr so mal ein bisschen kontastreicher sehen hallo immer mehr leute trudeln hier gerade ein wunderschönen wetter genießen so und da ist noch ein schönes loch und da sollte eigentlich rein dünner vom vogel wieder sehr schön ja da steckt das erstmal ab und denn euch in stativ bei kraut befreiung ganz easy peasy so er braucht nicht ganz so viel wie das was ich eigentlich erwartet haben so und hier gleiches wie bei den tomaten so jo dort nochmal hier lang so zufrieden das ding ist auch durch so viel mir wurde ich heute gar nicht machen ihr lieben ein kleiner kurzer morgenritt doch ich will es noch viel mehr machen ich möchte ernte mitnehmen ernten 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 ich nehme euch mit zum ernten so Lars hat wieder sein inneres kind entdeckt so und zwar hier gibt es doch ganz wunderbar Radieschen und zwar kann ich da echt ein paar mitnehmen da 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 schon geerntet zwischendurch da haben wir noch einen werde weniger Platz so und hier dann auch nochmal so ich habe mal gestern geguckt so ein bündel noch ein bisschen mehr kostet 2 Euro im bioladen da doppelte menge so was haben wir hier noch da haben wir noch was das ist ein bisschen hier etwas kleiner heute aber wenn ich schon mitnehme denn die brauchen aber ansonsten Zeit hier haben wir noch eins das sind wohl kleinere Sorten oder brauchen noch Zeit ah eine Kapuzinerquersel da können wir vielleicht gleich noch ein Plätzchen suchen mal gucken ob ich noch dran denke ach schön die sind echt super so 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 ach und wenn ich dann schon mal dabei bin ich sammle die gleich ein dann habe ich die Hände nicht so voll dann denke ich hier mal rum ach so eine Zucchini habe ich trotzdem vom Herbert gekriegt die will ich auch nicht vorenthalten und ich habe an anderer Stelle halt noch Radieschen drin die zwar teilweise in die Blüte gehen aber vielleicht ist da noch was zwischen und apropos was zwischen hier haben wir noch eine Kapuzinerkasse gefunden vielleicht habe ich die auch schon mal gezeigt hier geht es in die Blüte kann man übrigens auch wunderbar essen denke ich so da unten ne hier ist vorbei hier ist die Zeit gewesen aber hier könnte ich Saatgut gewinnen mal gucken das ist ja noch so eine Geschichte hier wird wieder alles größer da jetzt wird mir langsam warm oh auf aufpassen jetzt mache ich doch mehr als ich wollte die hole ich mal also bei den roten Runden lohnt sich warten mit Sicherheit noch oh da ist noch was da haben wir noch eine lila ne ne violette da auch da hat sich ein Eistapfen mit lila gekreuzt ne es kommt nicht von den Nachbarn ich hatte hier solche Farben deswegen eine Theorie oh guck mal da muss ich ja immer noch herhüpfen jetzt sehe ich das doch noch ich bin ja total blind Mensch da haben wir noch einen da noch nicht da noch nicht hier sieht das so aus als ob da noch was sein könnte ach nee da haben wir dann noch ein Eiszäpfchen oh ich habe ihn abgebrochen war ich zu forsch hier ist vielleicht noch einer ja eine bunte Mischung zum futtern so der ist eigentlich auch noch schön kann mit so seht ihr noch irgendwas großes das da nicht hingehört also ich hatte hier verschiedenste Radieschen drin das zum einen von der Farbe ich habe es ja im gestrigen Video soweit also ne für euch ist das ein anderer Tag aber für mich ist das der Folgetag vom von Folge 194 die ist ja 195 und ja diese lila Farbe habe ich auf jeden Fall auch hier gekriegt denn ich hatte ja noch eine Stoppelrübe und auch an anderer Stelle wo die dicht zusammen gewachsen war die haben sich irgendwie ergänzt ich wette die haben sich irgendwie gekreuzt Stoppelrübe ist ja nicht nicht so fan des Radieschens so das reicht jetzt aber so und jetzt haben wir die Ente lasse ich noch kurz liegen die sammle ich gleich ein wir haben noch Kapuzinerkresse ne ist ja eigentlich hier eine ganz schöne Stelle für eine Kapuzinerkresse aber ich glaube das könnte nachher problematisch werden auch mit Anhäufeln und allem die kann auch noch raus das mache ich mal kurz allein eh eigentlich habe ich da noch so ein Werkzeug für aber sie lässt mich bestimmt auch so da haben wir sie so number one und dann haben wir hier noch eine Kapuzinerkresse oh die wird größer sein schwieriger rauszukriegen denke ich oh ich habe hier immer noch Mais stehen sehe ich gerade der kann wahrscheinlich mal an andere Stelle oder ich stelle die vorne mal hin oh wisst ihr was eins zwei und hier wechseln Heune oh wuchs kann die nochmal Wurzeln kriegen können wir eigentlich mal ausprobieren ne so haben wir drei Exemplare hm so für die muss ich jetzt noch ein Plätzchen finden das dürfte ja nicht so schwer sein habe ich hier schon was drin das kann ja so richtig wild werden bla 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 jetzt geht der Lars aus dem Bild und dann konnte ich ja nichts mehr sehen also ich habe gerade eigentlich ziemlich viel über das Beet geredet das ist lustig wäre vielleicht ja auch noch Kapuziner zwischen und dann wächst das da irgendwo hoch und das da das ein Experiment ist und noch nicht so das soll eher ein bisschen nachziehen als vorab schon so durch die Decke gehen deswegen werde ich mal einmal hier das eine Exemplar reinsetzen ich habe hier sowieso so viel von so viel so machen wir mal hier einfach so weil wir es können so läuft das bei mir ich habe auch schon wieder vergessen was hier alles drin ist und so aber so ergänze ich das dann nachher so eins zwei ja was machen wir mit dem denn machen wir noch ein zweiten ein zweites Pflänzchen hier ne oh ich habe eine bessere Idee ja da da nehme ich euch mal mit so dann gehen wir mal hier durch da das war dachte ich mir die Stelle hier da wurde der Kohlrabi gemobbt und da gab es ja auch sowieso eine super Stelle für die ja Kapuzinerkasse hatte ich hier schon drin und kommt wieder dazu würde ich mal sagen dafür dafür kack sie dich hier mal durch so hier hatte ich ein zwei drei Kohlrabis die sind weg noch nicht mal die tote Pflanzen nur so nachher gesehen macht aber nichts mit dem Kohlrabi sowieso ziemlich spät dran ah das ist doch die so läuft das bei mir immer im Garten so funktioniert mein Kopf wenn ich alleine bin oder irgendwie auch wenn ihr dabei seid ich bin grad zu blöd die fest zu machen so zack und noch eine zweite einfach bei der ist irgendwie nicht wirklich Wurzel dran aber vielleicht kommt die ja noch mal gucken ob sie das kann so ne gießen kümmere ich mich später drum muss ich euch jetzt nicht zeigen Wichtigkeit habe ich erklärt ja die liebe Ackerwinde ach die darf sich ja auch breit machen wunderbar und wovon hatte ich grad geredet Kohlrabi und die Sache mit der Voranzucht in den Beeten einfach in den Beeten ohne irgendwie Gewächshaus also das muss man nicht alles bei allen Pflanzen machen habe ich gemerkt und den Stress mach ich mir auch nie wieder ich finde das viel besser so wie das hier läuft dass hier Kohlrabi entsteht ne verschiedenste Sorten ist der Superschmelz Azur Star für alle die das noch nicht mitgekriegt haben und jetzt kann ich hier durch die Voranzucht die Dinger rausholen im Grunde genommen äh und woanders einpflanzen und da die hier noch ein bisschen Blättchen brauchen aber ach das geht schon bin mir sicher das geht schon so und was nehme ich denn da da hier ist ein Stöckchen ne ist nicht hart genug hier das ist schon besser da ist ja alles mögliche für geeignet da fange ich mal hier an das Wischen zu lockern ne wenn es da nicht noch nicht los geht ganz schonend wenn man noch ein bisschen was abreißen ist auch nicht das Drama also was haben wir denn hier ein Pflänzchen zwei Pflänzchen ich werde die sowieso nicht alle verbraten können hier ist ein kleiner den ja hier ist auch noch einer ein größerer ein zwei also sieh was wir probieren das mal mit allem die möchte ich jetzt einmal da mit den Tomaten irgendwie verbinden hier wo ich grad vorne bei war und ja das mache ich glaube ich so weiter wie gerade als wir schon hier waren und dann schauen wir mal weiter ja was machen wir denn da so ja fangen wir da an also hier am Rand möchte ich auch nochmal irgendwann die Quecke machen weg machen mit dem Gras so ist noch alles ziemlich lockere Erde ich muss mich hier erstmal zurechtfinden so die wurde gerade erst frisch gemacht von daher ist das kein Wunder so wir müssen ja nicht überall hin aber da wo wir hinkommen da ist das hier mal echt gut so ich will das ein bisschen mixen ein bisschen mehr Abstand ein bisschen mehr so der bekommt hier mal ein Plätzchen brauchst ein bisschen höher noch so ein bisschen mehr verteilen so nicht zu feuchte Sachen fernhalten von den Blättern das wird schon ganz sinnvoll so und was haben wir hier noch alles Kohlrabis alles Kohlrabis die Azur Stars wie viel Platz brauchen die so ein bisschen so mach ich wieder intuitiv ich stell mir dann immer so ein bisschen visuell die Pflanzen vor und wie sie sich dann zusammen den Platz teilen und sich ausbreiten so 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 dann haben wir hier hier wollte ich noch mal gucken ob nicht hier doch noch irgendwo ne ne bin ich mir jetzt mittlerweile sicher da ist nix so und hier haben wir doch hier ist ein haha gerade gesagt genau das könnte noch ein Pflänzchen vom Herbert sein also doch eins Abstand passt auch super jetzt muss ich mal gucken ob hier vielleicht noch was ist ne weil zu stürmisch war es das ist natürlich ein bisschen verweht damit war nicht zu rechnen dass das so heftig wird wir sind ja noch an der Nordseekässe Küsse das hat richtig reingepeitscht und Pflanzen umgeknickt im Video habt ihr es gesehen mit der Ackelei das Video vom vom letzten Freitag ich glaube ich sag das mal so Anfang des Monats so und jetzt haben wir hier alle drin und ja ich glaube das regelt sich hier von alleine bisschen gegossen wird hier wahrscheinlich auch noch gehe ich nachher nochmal rum bevor ich gehe ja jetzt haben wir Kohlrabi Tomaten das passt sowieso irgendwie zusammen ganz wunderbar dazwischen drin könnte ich eigentlich auch noch wunderbar ein bisschen was hinpflanzen ja wisst ihr was wie wäre es denn wenn ich das weiter fortführe ja hole ich nochmal ein paar Pflanzen zipp so nehmen wir hier nochmal mehr mit ich habe jetzt irgendwie Lust gekriegt die werden sich sicherlich alle prächtig entwickeln ich bin immer noch ein paar mit so das sind das sind echt genug so nochmal ein Schwung das mache ich jetzt ein bisschen rapido rapido so ich habe ja auch noch Ernte liegen die ich ja in Sicherheit bringen muss so es wird hier gar nicht so leicht wenn die dann erstmal noch so klein sind aber wer weiß machen wir mal hier einen hin erde 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 so bisschen zusammen passt nächster hier ein Weg? ne das ist mir zu eng machen wir mal hier könnte noch einer hin so dazwischen einfach dazwischen muss auch nochmal gucken was mit Kohlrabi sonst noch gut ging da gibt ja jede Menge was daneben passt ich denke mal dazu wieder Spinat und solche Sachen vielleicht ist hier nochmal so eine Spur für die nächste Möhrenaussaat Möhrenaussaat so auch mit Liebe hier nochmal hinterher die wird kommen so was haben wir noch? wo habe ich sie denn hingelegt? das mit dem Stroh ist gar nicht mal so ohne für die ganz kleinen Pflänzchen aber ich bin mir sicher das wird nachher gehen so vor allem wenn ich mit der Erde arbeite wie angekündigt so was mache ich hier mit dem Mittelteil ach wisst ihr was ich nutze den Platz hier sind genug Tomaten drin Kohlrabi kann ich nicht genug kriegen definitiv nicht die lilanen sind echt lecker so das ist schon der letzte was haben wir denn? da 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 Tomate da noch nicht keine Tomate hier kann da was hin so da auch noch das wären echt tolle Pflänzen hier da bin ich mir sicher schöne Serie und hier kommt dann nachher noch meine Spezialerde zu also das ist so mein mein Vorgehen damit auch die Nester Nester bleiben sieht doch super aus so hier nochmal der Überblick na jetzt haben wir Tomaten sechs Pflänzchen dazu gekriegt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf da hinten sich auch noch ein elf Kohlrabi Pflänzchen macht doch was her wunderbar so ihr Lieben schaut euch das an alles weiterhin in Gang alles nimmt weiter Fahrt auf und ich denke die nächste Zeit bleibt das auch spannend vor allem die nächsten zwei Monate das wird hier alles explodieren Natur wird richtig Gas geben und dann ja ihr könnt das hier schon sehen ne ich habe gestern Video gedreht und heute irgendwie echt wunderbar so in diesem Sinne ich wünsche euch noch einen schönen Tag jeder Tag ist ein Tag ein guter Tag zu werden und äh der Rest läuft sich zurecht äh so jetzt bin ich aber raus das reicht ich möchte nach Hause oder in die Hängematte schlafen oh ja eine Runde schlafen ja das hört sich gut an ja ich wollte doch gar nichts tun aber so ist das schau mal einer guck jetzt aber weg habt euch lieb